hey meine lieben freunde wieder ein kleines update wie ihr sehen könnt wir sind hier auf einem campingplatz direkt auf der höhe von lochness drumnaud rochit heißt der ort liegt zwischen ford rustus und inverness und hier werden wir ein zwei tage bleiben werden uns hier hat castle einziehen und dann noch andere kleine sehenswürdigkeiten und ja ich bin mir hier in meiner petersen gerade den leckeren sweet vanilla honeydew mit meinen nachbarn deswegen auch was lecker duftendes und ja es ist schön jetzt mal die kappe gerade rücken hier können die autos hören hier ist ein heck und dahinter geht so eine straße hin aber ansonsten alles super noch mal einen kleinen rundschränk und das war es dann auch schon wieder von mir und ja mal gucken wo wir uns als nächstes melden ich denke mal es geht weiter in den norden aber wir haben im gegensatz zu euch in deutschland keine hitzewelle sondern hier wirbelt ein riesiges tiefdruckgebiet es sollte eigentlich jetzt hier extremer dauerregen und starkregen stattfinden plus gewitterstürme irgendwie scheint das alles so ein bisschen westlich abgedriftet zu sein ich glaube irland kriegt das meiste ab und wir hier eigentlich nicht so viel hoffen wir dass es so bleibt und ja bis die tage tschüss